So, Hallöchen. Willkommen zurück. Wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Gucken mal. Hallo, Ruki. Moment mal, wo müssen wir jetzt... Was sollen wir tun? Wir müssen dahinter das Zeug holen, ne? Ist ja quasi in die Richtung. Da. Achso, ich soll mir eine Waffe machen, ne? Vielleicht ist es gar nicht mal so doof. Ich brauche einen guten Stick. Ach, Holz. Ja, es holt. Holz. Ich habe keine Axt. Was brauche ich denn für eine Axt? Holz. Hä? Wie kriege ich nochmal Holz? In diesen Müllhügeln. Aber hier sind keine Müllhügel mehr. Da oben sind Müllhügel. Wo Magic насch wears? Ich bin wegen des Lupemas Flugs. Doch. Mo비 ist immer die Anipped Haut. Die Angetaue ist erst einmal. Vielleicht kann ich dagegen treten, wie beim Kaktus. Das ist auch kein Holz. Ich hab kein Holz. Ich hab erstmal Oregano. Ich hab keine Holz. Da ist ein Holz. Ich lass uns zuerst eine Axt machen. Und dann ein Speer. Ich hab keine Holz. Aber ich brauch ja... Wo ein Stick. Wie mach ich wo ein Stick? Ist das im Recycler gewesen? Hilfe! Wie hab ich ein Stick gemacht? Ja? Nein. 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 Hier kam ja kein Wooden Stick raus. Du könntest bekommen. Oh. Hä? Was? Wie ging das nochmal? Ah. Ah. Oh, ein Wooden Stick? Vielleicht krieg ich den auch trotzdem aus dem Baum. Überforderung! Was? Ah. whoopsie Wir dürfen keine Bäume fällen Oh hier, ich bin ja doof Hier mache ich Alles klar Jetzt haben wir einen Speer Wir stellen uns mal kurz eine Kiste hier rein Ja cool, die geht falsch rum auf Gibt es eigentlich Wird es eine Schnellklick Okay, rechte Maustaste Wobei, vielleicht sollte ich Essen mitnehmen Und das Wasser Kann ich das hier Oh, es wird spät Stimmt, das ist nachts um eins Okay, wir müssen schlafen Und dann würde ich gern hochgehen Und das Zeug dort sammeln Um anzufangen, den Lift zu bauen Warum sagt sie, wenn sie aufsteht Dass sie anfängt, sich müde zu fühlen Ist das noch ein Bug Oder Oh cool Er bringt uns Wasser Das ist dann ein Bug Das ist dann noch ein Bug okay mit bei ihm können wir uns können wir uns wasser organisieren vielleicht sollten wir mal ein paar ameisen töten ja klar ich wusste nicht dass die so baddies sind dass die dann auf einmal alle angreifen jetzt wissen wir es geht mein werkzeug eigentlich kaputt eine oh dorthin ist ein huhn die sind halt level 8 aber von denen würde ich so ein horn bekommen könnte ich ein richtiges schwert machen aber ich weiß nicht wenn die dann auch alle auf einmal angreifen ist glaube ich nicht gut was ist da ist irgendwas mit level 15 was ist das da sind crazy robots drin okay okay aber ist noch gar nicht da wir müssen noch weiter hinter das ist doch aber das hier aber aber er lässt mich nicht rein hä okay war ja nicht verstanden okay 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 das füllt nur stamina auf ich muss irgendwas essen das ist für health points was genau füllt meine energie auf okay ja okay 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 Stamina. Wow, dann können wir ja noch richtig viel hier machen. Wir könnten hier rein, schritte ich einfach runterspringen. Ich würde hier schon gern runterspringen. Ich habe sowieso keine Energie mehr, also... Eck, wer bist du denn? Ah, Rocky. Ich habe keine Energie mehr. Ich glaube, es ist gedacht, dass man jetzt hier tagelang Sachen farmt. Aber ich habe erst da rechts, ich habe erst einen wooden Stick. Aber Thick Rope könnte ich vielleicht machen. Bricks. Ich habe keine Energie mehr. Von der Kirche. 19 Uhr. Können wir ein Nickerchen machen? Oder wie ist das? Ja, wir können jetzt halt nichts mehr machen bis 19 Uhr. Keine Energie mehr. Okay, wir haben jetzt das Wasser da reingemacht. Hier ist... Der Typ, ne? Am Wasserturm. Wir gehen mal gucken, ob wir da irgendwas tun können. Ohne Energie. Okay. 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 Das ist gar nicht hier. Der ist noch weiter... Ähm... Das kriege ich ohne Energie jetzt nicht hin. Hi. Noch mehr Gegner. Okay. Jetzt haben wir es bald 19 Uhr, aber ich sehe, wir machen mit der Folge erstmal Schluss. Und vielleicht kriegen wir noch ein paar Minuten. Ich befürchte aber, dass es nach der Festlichkeit vorbei ist mit der Demo. Aber, danke erstmal fürs Zuschauen bei dieser Folge. Und wir sehen uns nochmal wieder. Und vielleicht sind es noch 5 Minuten. Wir werden sehen. Bis dahin. Macht's gut. Bye, bye. Bye.